DepotChamp wird Ihnen präsentiert von Flatex. Einfach besser handeln. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu DepotChamp 2013. Vor der Pause haben unsere drei Kandidaten die aktuelle Marktlage eingeschätzt. Wir haben ja in der vergangenen Woche eine neue Rallye gesehen. Wir haben neue Rekordstände erreicht. Jetzt rechnen alle drei damit, dass wir doch erst mal eine Korrektur sehen. Ob unsere drei Experten auch in dieser Woche an dieser Rallye anknüpfen können, da schauen wir uns jetzt mal an. Und wir starten mit Markus Horndrich von Der Aktionär. Horndrich, Sie haben nichts neu gekauft, dafür aber Alno verkauft. Warum das? Glauben Sie nicht mal an das Papier oder was waren die Gründe dafür? Naja, das kann man so nicht sagen. Also die Zahlen, die jetzt zuletzt geliefert wurden, waren ja in Ordnung. Der Kurs hat sich nicht so entwickelt eigentlich, wie wir gedacht hatten. Wie ich schon letzte Woche gesagt habe, den Ausstieg bei 1,60 haben wir verpasst. Aber es ist kurzfristig wohl noch ein bisschen Material von der letzten Kapitalerhöhung da. Deswegen hat auch die Aktie auf die guten Zahlen an sich nicht so sonderlich gut reagiert. Insofern haben wir uns dann auch von der relativ kleinen Position, die jetzt nicht so groß im Depot einen Effekt hätte und auch, ich sage mal, bei der Aufholjagd auch nicht besonders geholfen hätte, getrennt. Weil wir, wie gesagt, vorhin eigentlich eine kleine Konsolidierung erwarten und hier da ein bisschen Pulver haben wollen, um noch mal zuzukaufen. Ja, nicht getrennt haben Sie sich von Research in Motion, also Blackberry weiterhin im Depot und das trotz roter Vorzeichen. Wie lange wollen Sie daran noch festhalten? Ja, die Aktie ist jetzt nicht ins Bodenlose gefallen, in ein paar Pünktchen abgegeben. Das hat sich aber jetzt schon wieder stabilisiert. Ich denke, dass wir jetzt in den nächsten Tagen einen Anlauf, die oberen Begrenzung der Konsolidierungsformation, die ich letzte Woche schon angesprochen hatte, sehen werden. Die guten News, die wir eigentlich erwarten vom neuen Flaggschiff-Handy oder Flaggschiff-Smartphone, die werden erst kommen. Ob das jetzt natürlich noch im Laufe des Börsenspiels so passieren wird, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass man erste Vorabzeilen präsentieren wird und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier dann auch letztendlich höhere Kurse dann bei Blackberry sehen werden. Und ja, wie gesagt, sollte es dann wieder erwarten, doch nach unten durchlaufen, werden wir die Position natürlich mit Stopp versehen auch glattstellen. Schauen wir mal auf Cancom, die Aktie immer noch in Ihrem Depot und hier gab es auch Neuigkeiten. Welche waren das? Ja, Cancom hat endgültige Q1-Zahlen geliefert, die, wenn man es ein bisschen genauer anschaut, ganz okay waren. Etwas schwächer beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr mit 135 Millionen. Letztes Jahr waren es 141, glaube ich. Was aber entscheidend ist, man ist margentechnisch etwas vorangekommen. Sprich, der höhere Serviceanteil hebt die Marge. Und wir erwarten ja letzten Endes in den nächsten Wochen den ein oder anderen Auftrag im Bereich Cloud-Services und damit auch ein vernünftiges zweites Halbjahr. Insofern sind wir hier ganz gut aufgestellt. Die Aktie ist auch einigermaßen im Plus. Und ich glaube, die Spekulationen um das Aktionariat mit dem Einstieg von Frau Schick wird halt auch die Aktie nochmal deutlich beflügeln. Dann gibt es noch einen Wert mit roten Vorzeichen. Rot ausgerechnet bei Borussia Dortmund. Das ist alles andere als vielversprechend im Moment. Ja, in der Tat ist es auch ein Wert, den wir möglicherweise geben werden im Vorfeld des Finales, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass die Roten in diesem Fall gewinnen werden. Und dass Rot bei BVB nochmal stärker ausfallen wird, kurzfristig, wobei der Ausgang des Finales keine großen Auswirkungen auf die operative Entwicklung haben wird. Also man wird auf alle Fälle als einiger Profiteur dieser Champions-League-Saison herausgehen. Dankeschön für diese Einschätzung. Wir haben ja die Ergebnisstände oder die Vermutung gehört, werden wir mal sehen, wer da weiter vorne liegt. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Volker Schulz von der Aktionärsbrief, schauen uns das Depot mal an. Und Herr Schulz, Sie haben ERDS neu mit aufgenommen ins Depot. Was spricht denn hier für diesen Wert? Ich glaube, dass ERDS kurzfristig, aber besonders auch mittel- und langfristig wesentlich weiterlaufen wird, als sich das viele heute vorstellen können. Ich rechne damit, dass wir auf Sicht von drei Jahren hier 50 bis 60 Prozent Kursplus sehen werden. Man muss sich einfach mal die Branche insgesamt anschauen. ERDS und Boeing bilden ja ein sogenanntes Duopol, sind also absolut marktbeherrschend. Und das Wachstum in der Luftfahrtbranche, das ist schon enorm. Die IATA, also die Internationale Luftfahrtorganisation, die geht davon aus, dass wir wirklich hier ein jährliches Wachstum über die nächsten 20 Jahre von rund 5 bis 6 Prozent sehen werden. Das heißt, innerhalb der nächsten 20 Jahre wird sich die Anzahl der Passagierflieger in etwa verdoppeln. Wir haben ein sehr, sehr starkes Wachstum, besonders in Asien. Als Beispiel kann man hier zum Beispiel Indonesien nehmen, wo auf eine Million Einwohner 1,3 Flugzeuge kommen. Es ist so, dass es in Deutschland 8 sind und in Amerika sogar 19. Indonesien wächst mit 20 Prozent per anno und das gilt auch für andere Schwellenländer, dieses sehr, sehr dynamische Wachstum. Und wenn man sich auch die Kennzahlen von ERDS selbst mal anschaut, dann ist das schon ziemlich beeindruckend. ERDS sitzt ja auf einem Auftragsvolumen von 600 Milliarden Dollar. Das muss man sich einfach mal vorstellen, eine ungeheure Summe. Dagegen steht gerade mal ein Börsenwert von 33 Milliarden Euro. Also eine sehr, sehr günstige Bewertung. Und ERDS zeigt eben jetzt auch im Gegensatz zu den Vorjahren, dass man eben diesen großen Auftragsbestand auch sehr profitabel abwickeln kann. Man geht davon aus, dass der Gewinn sich in den nächsten drei Jahren per anno um 30 Prozent erhöhen wird. Wir haben einen 2014er KGV von etwa 11. Bei dieser derart hohen Gewinndynamik ist das wirklich nicht viel. Deshalb denke ich, wird die ERDS-Aktie einfach weiterlaufen. Sieht auch technisch im Moment sehr, sehr stark aus. Ja, also Sie setzen auf ERDS. Dafür sind einige Aktien aus dem Depot gewandert. Also quasi ein richtiger Frühjahrsputz. Hier starten wir mal mit MBB Industries. Und auch Pierre Niven, diese beiden Aktien nicht mehr dabei. Warum mussten die Werte raus? Ja, ich will mich sicherlich nicht auf meinen Lorbeeren ausruhen. Zum einen ist es einfach so, dass ich mal die Benenke-Rede abwarten möchte. Es könnte ja durchaus sein, dass wir jetzt mal in eine Korrektur hineinlaufen. Ich gehe aber schon davon aus, dass ich auch im weiteren Verlauf des Börsenspiels noch auf jeden Fall Neuaufnahmen tätigen werde. Es ist so, dass ich bei PNE eigentlich damit gerechnet habe, dass nach der Emission der Anleihe, nachdem man das Volumen platziert hat, der Kurs Flügel bekommt. Und das ist nicht passiert. Sie läuft sich einfach oben fest. Deshalb fliegt sie raus. Bei MBB war es so, dass auch diese Aktie sich zunächst festgelaufen hatte. Ich war ja auch schon deutlich in Front und habe da einfach mal kurzfristig Gewinne mitgenommen. Ja, und auch Drillisch und Dr. Höne mussten raus aus dem Depot. Setzen Sie jetzt alles auf eine Karte bzw. auf zwei? Zwei Werte sind ja noch übrig. Nein, wie ich eben schon sagte, es wird neue Aufnahmen sicherlich geben. Aber ich will eben die Benenki-Rede erstmal abwarten. Es hat auch nichts mit Ausruhen zu tun oder Taktieren. Ich werde mein Ding hier, mein eigenes Ding durchziehen. Also ich richte mich auch nicht nach meinen neuen Gegnern. Es wird definitiv Neuaufnahmen geben. Dann schauen wir uns mal an, wie sich jetzt diese Ergebnisse aufs Depot auswirken. Dankeschön erstmal auch für diese Begründung. Und wir machen weiter mit Rüdiger Born von BornTrader. Schauen uns auch mal an, was hier neu ins Depot dazugekommen ist. Herr Born, Sie haben ja in dieser Woche ProSiebenSat.1 mit neu hinzugenommen. Warum gerade diesen Wert? Na, das war ein Titel, der schon sehr, sehr gut gelaufen war. Aber zwischendurch mal ein bisschen zurückgekommen war. Und das ist für uns immer ein ganz, ganz schönes Zeichen. Da ist es offensichtlich schöne Dynamik, die nach oben den Weg schon begleitet hatte. Und anschließend mal eine Verschnaufpause. Das, was wir ja auch beim DAX uns erhoffen, uns erwarten. Das hat eben diese Aktie schon vorweggenommen. Und deshalb gab es für uns guten Grund, da eben mitzumischen. Und insgesamt kann man sagen, ist es ja schon belohnt worden. Der Kurs hier tapfer danach, dann gestiegen nach unserem Einstieg. Also die Strategie ist aufgegangen. Das ist eine unserer verschiedenen Ansätze, die wir aus charttechnischer Sicht immer wieder fahren. Und in dem Fall hat es ganz gut funktioniert. Für welche Anleger ist diese Aktie interessant? Naja, das ist eine Strategie gewesen, die jetzt nicht unbedingt auf Buy and Hold ist. Also wer das Ganze im Keller verstauben lässt, dafür ist die Strategie nicht gedacht. Wir wollen ja hier, nachdem wir auch ein bisschen was aufzuholen haben, das muss man ja fairerweise dazu sagen, auch mal Titel reinnehmen, die eben mal für eine kurze Bewegung dann eben gut sind. Also das ist jetzt nicht unbedingt, wie wir es eben bei EADS gehört haben, was ganz praktisch fürs Längere auch schon mal sein kann. Sondern das war wirklich was für denjenigen, der mal sich den Gewinn auf der Zunge zergehen lassen will, wenn er dann mal eben reinkommt. Also mal so ein schneller Einstieg für zwischendrin. Das kann dann durchaus auch mal ein paar Tage, ein paar Wochen unter Umständen dann sein, je nachdem, wie schnell dann die Bewegung sich tatsächlich vollzieht. Aber ist eben, wie gesagt, nichts für diejenigen, die was für den Keller oder für die Enkel suchen, noch besser. Dann schauen wir uns mal KUKA und SAS-Wiveon an. Auch die Werte nicht mehr im Depot. Warum das? Naja, bei KUKA waren wir schon im Ziel insofern oder in unserem Bereich, den wir als Ziel eben gesehen haben. Das war grundsätzlich eine ähnliche Strategie, wie wir eben bei der ProSieben-Aktie gesehen hatten. Also insofern, da waren wir angekommen, haben den Stopp entsprechend dann auch eng nachgezogen. Wir dürfen ja eines nicht vergessen. Wir erwarten ja durchaus im Gesamtmarkt beim DAX, dass wir eine Konsolidierung eben sehen. Und dann muss man auch mit den Stops notfalls mal einen Schritt vorangehen. Und dann gegebenenfalls wird man dann ausgestoppt, wenn die Aktie weiterläuft. Wir haben unseren Spaß in Anführungsstrichen mit dem Titel gehabt. Insofern ist das in Ordnung. Und war auch gerechtfertigt, das Vorausgehen bei SAS-Wiveon ist so gewesen, die Aktie hat erst mal ganz tolle Buchgewinne fabriziert, ist aber nicht so schön und nicht so weit gelaufen, wie wir es eigentlich gewollt haben. Nachdem sie sich unserem Einstieg wieder genähert hat und eben nicht performt hat in der Zeit, haben wir gesagt, naja, wenn er nicht will, dann wollen wir auch nicht und haben uns von dem Titel getrennt und sind da mit einem, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, einem minimalen Plus raus. Aber höchstens eine grüne Null, viel mehr war das nicht. Rüdiger Born, Dankeschön auch für Ihre Einschätzung. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie wollten ein bisschen auffohlen, mal sehen, ob es geklappt hat. Tja, und wir machen weiter mit dem Vergleich der Depots. Hier sehen Sie, wie unsere drei Kandidaten performt haben in dieser Woche. Wir sehen tatsächlich einen Platzierungswechsel. Platz drei geht jetzt an den Aktionär, und zwar mit einem Minus von 1,6%. Platz zwei belegt Rüdiger Born von Born Traders. Hier ist es doch ein bisschen besser gelaufen als in den Wochen zuvor. Hier nur noch ein Minus von 1,3%. Und Platz eins geht weiterhin an Volker Schulz von der Aktionärsbrief. Allerdings hat sich das positive Vorzeichen auch etwas verringert. Im Moment nur noch ein Plus von 7,1%. Und hier sehen Sie noch mal die drei Depots im Vergleich. Sie sehen allerdings deutlich, dass Volker Schulz die ganze Zeit weit vorne lag. Tja, und das war es auch schon wieder für diese Woche, liebe Zuschauer. Denken Sie auch an unseren SMS-Alarm. Alle Infos dazu gibt es auf unserer Homepage unter www.depotchamp.de. Und Ihnen danke ich fürs Mitspielen. Drücke natürlich wie immer die Daumen für die nächste Woche. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich fürs Einschalten. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Depotchamp wird Ihnen präsentiert von Flatex. Einfach besser handeln.